Hallo mit Flu, herzlich willkommen hier zu meiner zweiten Talkrunde mit dem Thema Spieleinleitungen. Also mir persönlich geht es da so, dass ich das Gefühl habe, dass die Spieleinleitungen mit dem Laufe der Videospieljahre immer dünner geworden sind. Also wenn ich mich da so zurückdenke an einige Spieleinleitungen, wie dick die waren und wie schwer dadurch die Spieleinleitung war. Ich erinnere mich zum Beispiel an Kandia, die Beschreibung, ja gut, die war englisch-deutsch, wahrscheinlich deswegen auch geschuldet, aber die war, selbst der rein deutsche Teil, der war so dick, da wurde alles erklärt, da gab es eine Charakterbeschreibung. Es waren die ersten zwei Dungeons, die waren aufgezeichnet und noch mit ganz viel anderen Texten dazu. Natürlich war das für seine Zeit ja relativ komplex, aber trotzdem, das war halt irgendwas, was man in der Hand hatte, was man rumblättern konnte, was mittlerweile total zerflettert da drin liegt, aber ist ja auch egal. Oder ein anderes Beispiel, Harvest Moon, Back to Nature, das war ja ein halbes Lösungsfeld, was da drin war. Da war ein Kalender drin mit allen Geburtstagen, mit den Angaben der Tagen, wann die Früchte reif sind zum Ernten. Und dann halt was, worauf du bei den Mädchen achten musstest, das war so viel erklärt und so viel beschrieben, sodass du auf jeden Fall einen sehr guten Einstieg hattest, gerade bei so einem Spiel. Ja und heutzutage, weiß ich nicht, da sind vielleicht fünf Seiten drin, da ist eine Steuerung drin, dann hast du noch hinten zwei Seiten, wo dir Notizen machen kannst und dann die ersten zwei Seiten sind, und dann wie du die Konsole richtig einschaltest und ausschaltest. Finde ich jetzt nicht so gut. Natürlich ist es nicht bei jedem Spiel so, es gibt andere Spiele, die auch sehr viel Inhalt zum Klettern haben. Aber trotzdem, denke ich, geht der Trend dahin, dass diese Dinge immer dünner werden. Ich habe mal eine F-Zero-Beschreibung gesehen, Spielanleitung. Da war ja hinten ein halbes Comicbuch drin, hat man heute gar nicht mehr. Dieses halbe Comicbuch, das war, weiß ich nicht, das hat man doch als kleines Kind wahrscheinlich verschlungen, sich zehnmal durchgelesen und irgendwann konnte man den Dialog auswendig. Diese Spielanleitung früher, da ist man doch in den Spiegeladen gegangen, hat sich das Spiel geholt, Verpackung aufgerissen, ins Auto geschmissen, Mutti hat noch geschimpft, ja. Und dann hat man sich erst mal dreimal die Spielanleitung durchgelesen, je nachdem, wie schnell man dann zu Hause war. Aber das war doch, das war so der erste Einblick, wo man sagt, oh ja, cool, das wird ein cooles Spiel, jawohl. Ja, das war so der erste Eindruck des Spiels und ja, und heute lernt man das zwar alles so nach dem Motto, learning by doing, was ja auch nicht schlecht ist, um Gottes Willen. Ich möchte es ja nicht irgendwo abraten, aber das finde ich ja auch sehr gut. Aber trotzdem würde es mich freuen, wenn man mal so das ein oder andere halt dann auch mal nachlesen könnte, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel spielt, das längere Zeit nicht mehr gespielt hat und dann irgendwo mittendrin anfängt und dann eigentlich keine Ahnung mehr hat, wie das eigentlich noch funktioniert. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz finde ich das nicht gut, dass die Spielanleitungen immer dünner werden. Was meint ihr denn dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann diskutieren wir ein bisschen drüber. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!